Magischer Moment im Südpazifik. Diese atemberaubenden Aufnahmen hat ein Taurerpaar vor der Insel Tonga aufgenommen. Das Ehepaar folgt während einem Tauchgang einer kleinen Gruppe von Buckelwalen. Erstaunlicherweise löst sich das neugierige Kalb aus der Gruppe und schwimmt auf die Taurer zu. Der professionelle Unterwasserfotograf David schafft es diese unglaublichen Aufnahmen mit seiner Kamera festzuhalten. Buckelwale sind sehr neugierige und gesellige Säugetiere und gelten als Akrobaten unter den Großwalarten. Außerdem sind die Meeressäuger für ihre langen und komplexen Gesänge bekannt, die in bis zu 20 Kilometer Entfernung gehört werden können. Untertitelung des ZDF, 2020